Wie eben Junge, also heute Mittag hatte ich drei mal hintereinander gefinischt, Junge ich glaub der hatte gar keinen Bock mehr. Manchmal wenn wir starten kann ich am Anfang nicht loslaufen, dann muss ich einmal springen. Das hab ich tatsächlich noch nie gehabt. Das ist eins was ich immer hab. Da bei A sind zwei, im mittleren hab ich einen. Bei A ist auf jeden Fall noch wer. Der rennt jetzt hinten raus Marco. Der rennt hinten raus. Da sind zwei bei uns jetzt am spawnen Helipad. Einen hab ich. Ist das der schon hinter uns Marco? Ja 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 hab ihn. Ich bin nicht last kill, sehr gut. So jetzt komm ich. Ah moin. Äh. Hä? Hab ich auch nicht verstanden. Kurz Angst, dass ich last kill war ey. Ich bin verämt hier hinten bei dem bei uns am spawnen. Ach war da noch einer, ja. Wo? Mit abgeknickt da ist glaub ich einer drin. Ja hab ich, den hab ich. So nen weißen hab ich da drin. Oh fuck, bei mir ist einer ja in der roten Halle, ja ja. Oh im abgeknickten. Wieso aimt denn keiner in den abgeknickten? Oh, bei Yana sind zwei. Bei dir ist noch einer, Yana. Ach, hat er nicht. Ja, ich hab nix gesehen. Aber ich war nicht da reingegangen. Mann. Lantet der da ganz seelenruhig. Mann, ich hätte nicht direkt hinter Yana rein. Ich konnte ihn nicht sehen. Oder ich konnte ihn sehen, aber die Schüsse haben nicht connected. Ja, ich, ich aim die ganze Zeit in den mittleren, abgeknickten. Merk in der Halle ist einer fuck, dreh mich Richtung Halle. Ja, den hab ich schon geholt, hab ich wohl ein Magazin geholt. Ich, ich dreh mich Richtung Halle, werd aus ner abgeknickten geholt. Obwohl ich die ganze Zeit reingeguckt hab. Top. Danke. Danke Timing. So was ist halt immer so Time-Lack, Alter. Ja, ja. Hab ich oft. Pass auf, bei A. Einer läuft rüber, einer steht da. Oh, in der Halle, ey. Es sind drei Leute oder so. Habt ihr den da? Ne, ne? Einen auf, äh, also der rübergelaufen ist nach A hab ich, ja? Einen hab ich in der roten Halle. Nö, ich hol auch noch einen. Okay, einer ist bei A. Ah, noch einen. Einer ist da unten reingerannt. Ja, der ist im Spawnhaus. Ah, der ist nach oben im Spawnhaus gerannt, glaub ich. Ne, der ist hier unten, hier. Was hat das? Den denn geholt? Der hat wahrscheinlich selber in die Luft gejagt, Alter. Ne, ich glaub ich hab den bekommen. Ja. Ach, ich hab seine Annäherungsmine ausgelöst. Guck mal da. Mit dem Ding hier. Geil. Mit der Fackel? Ja, mit der Fackel. Hä? Ich hab mein... Hast du die Mine ausgelöst? Ja, mit der Fackel. Weil die Fackel explodiert ist, hat die Mine mit ausgelöst. Hab ich sicherlich gerade, ey. War da einer? Nee, war keiner. Ich hab einfach nur so geschossen. Ah, jetzt ist da einer. Oh, hat er mich fasst. Nein, äh, B. Oh ja, zwei Leute. Ui, oh. Oh, zwei. Hinter dem Ding. Ja gut, zwei wusste ich nicht. Ja, das ist noch einer. Einer ist weg. Der ist am Gabelstapler. Team jetzt stirbt. Ja. Ja. Ach, ist der blöd, Junge. Ja, der Laser. Ich weiß es auch nicht. Ja. Lass auch mal gucken. Ja. Schön. Ist weg. Kann sein, dass da noch einer ist. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ja, einer trägt auf wen. Ein Schärftrick, ein Schärftrick. Ein Schärftrick, ein Schärftrick. Ja, na aim ab. Oder wirst du noch? Ja, ja. Schön. Schön gemacht. Yes. Das ist immer geil, wenn du den holst, der da gerade geblendet hat. Ja, ja. Ja, der denkt sich auch, ach man. Ah, was ist denn? Ja, der Punkt habe ich mitgenommen. Ey, ich habe einen geholt an den Fässern da. Dann sagt Wulle, die kommen da. Ich denke, ja, okay. Ey, dahin sind die schon hinter mir zu zweit. Alter, ey. Die waren so schnell. Die waren flott, ne? Ja, da kam ich auch nicht mehr weg. Geil. Die waren so flott. Das habe ich auch gemerkt. Bei A guckt keiner. Boah, die gehen. Bei A ist auf jeden Fall einer. Habe ich gerade gesehen noch. Haben wir schon. Oh, was? Nee, weiß ich nicht, ob der drin ist, aber... Oh, nee. Zwei. Ja, hab ich. Ach, einer am LKW, einer nach oben. Guck einen bei denen im Spawn. Ja, scheiße. Einer ist schon bei A drin auf jeden Fall. Einer ist bei denen am Spawn mit dem weißen LKW jetzt. Wieder. Einer ist in der roten Halle. Echt? Ja. Hinder, 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 Hinder. Bei B? Nice. Ab ihn. Ich habe den Save so geklaut. Wetten, ich habe den so geklaut. Guck mal jetzt. Ich werfe das Ding. Und da kam meine Schüsse. Mein Ding hat das geholt. Ich bin jetzt quasi nur kurz reingelaufen. Ja, da hatte der schon gut Hitze. Ja, ich habe den so geklaut. Oh, ätzend, ey, Mann. Ist gestorben. Oh, E-Team-Mate. Oh, da hinten. Bei denen am Spawn smiten die zu... Ah! In einem Zug bei B ist einer drin am liegen. Oh, da hab ich schon gespawn, ey. Die Tür ist offen bei mir. Das nervt mich extrem. Ah, der hat wohl auch geholt, glaube ich. Bei A? Der habe ich einer geholt. Oh, der kommt jetzt in... Oh, ja. In der Halle. In der Mitte ist einer. Oh, fuck, ey. Na gut, 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 ey. Der kämpfte da direkt mit einer Sniper. Ja, ja. Keine Ahnung. in dem zug wo du gestorben bist quasi richtung b der zug im abgewinkelten nicht im abgeknickten sondern im abgewinkelten der abgewinkelte bei bbw bei mir bei mir bei mir ist ein gabelstapler bei mir ist einer hier da war irgendwo bei diesem kran pettings ist tot der da war da waren aber zwei kommt er da der ist abgeknickt am ende von sich im spawn drin ist ja ich konnte mich geholt hat lächerlich ich stand 10 10 10 1 jetzt stehe ich 10 4 der team der gegner flecht mich und rennt damit vorbei ja und die der hat mich geholt obwohl direkt da vor mir eine dinge und zwar eine fackel alles er rennt durch und rutscht bei mir der recht nicht und rennt an mir vorbei ja den hätte ich haben müssen gerade ein bisschen schlecht gemacht er schon wieder da okay in der roten halle sind zwei bei mir sind drei bei b zwei habe ich ist jetzt an dem silo direkt eine bombe im abgeknickten glaube ich im abgewinkelten oder so immer noch noch drei aber da würde ich so messer wie viel schluckt er auch ich bin kurz richtung rote halle sie ein will kurz in deckung gehen und wieder um die ecke kommen mir drei leute entgegen war ja bist du holt noch komm jetzt noch mal deckel drauf so viel drohne für den arsch gewesen geil ja hättest du auch mal was machen können alter ach danke dir deine teammate macht mich so sauer hier dass der da immer durch rennt oh in dem abgewinkelten zug ah teammate schießt sonst wohin wieder hinter dem lkw rennt jetzt auf A rein ach nein im abgeknickten glaube ich auch bei A drinne der hat mich scheiße bei A drinne ja mädel boah der mit der so übelst krass hitsg was kannst du dir nicht ausdenken boah der war nicht schlecht oh die gehen schon auf B die Gegner bei Dern im spawnhaus schön die war da da renn auf B renn auf B renn auf B noch einer doch nicht mehr die sind noch nicht gequittet sind verstehe ich es gerade nicht was die sind noch nicht gequittet sind ja das scheinen deutsche zu sein mal was anderes ach kommt der da wie lächerlich da kann meine Fackel auf der noch mal ein Zeichen setzen ich bin auch noch da stand 10 1 zwischendurch eine die dann CS von